eine statue ist noch intakt ja ja die sieht gut aus da muss ich nicht eingetraut warum auch immer ja warum wohl so und jetzt seid ihr wieder hier ja dieser oder kurz davon berichtet sie hatte mir einen brief geschrieben und hat gesagt dass ihr laus und und älgern verschwinden gemeinsam mit das den namen den ich nicht sagen darf und die sind jetzt umgezogen ich darf aber nicht sagen wohin ich habe die briefe verbrannt und ich hatte mich sehr darauf gefreut er dann war was wieder zu treffen wisst ihr das ist doch gar nicht so schlimm wenn wir sie wieder finden wollen finden wir sie schon wieder haben wir noch das pendel aber ich habe noch nicht ganz wahrscheinlich was er jetzt hier macht also jetzt ich meine die villa gehört euch und ich habe die nur für euch verwaltet und und so aber ich freue mich auch dass ihr wieder hier seid aber was habt ihr denn jetzt vor anzogern naja hauptsächlich ich muss heute noch ich habe anschläge verteilt ich hoffe ihr habt auch was verteilt damit die leute in die taverne kommen wir brauchen besatzung den brief den du hier habe ich gemacht also wir haben hier eine druckerei ich habe die ich habe die einfach vervielfältigen lassen in der druckerei und dann habe ich dir in den tavernen gelassen ja dann hast du auch was aushängen lassen im mittelreich tatsächlich ja vor allem ich habe jemand mit so hat den pericum aushängt aber sehr gut sehr gut sehr gut entschuldigung ich habe deinen brief gelesen ich habe gesehen ein wachs stand da drauf und ich habe ihn aufgemacht ja ja ich habe albrax um ein zwei tatkräftige unterstützung gebeten in form von rotzen die stehen in der schmiede ja genau zwergische rotzen beurte ich habe gehört die sollen gut sein die sind sehr gut die sind so und ich habe einen einbrief geschrieben ach das soll ich ja nicht so laut sagen so beutags albrax hat mir auch noch einen eigenen brief an mich geschickt zehn neue witze der sich ausgedacht hat die kann ich dir nachher mal vorlesen ja das oder will ich aber dabei sein fitze brief ja das müssen wir auf jeden fall machen ja halt sie euch lieber ein als notration für schlechte zeiten kann man immer wieder lesen die sind immer immer genau so lustig die werden mit der zeit auch besser weil man sie dann versteht na dann aber ich habe noch mit einer korrespondiert ich weiß das soll ich jetzt nicht so laut sagen deshalb senke ich meine stimme und eilat uns zugesichert uns drei und rager weiter zu schicken in diesen zeiten das stammt jetzt haben wir schon vier er hat nicht zufällig geschrieben wen sie uns schickt auch bestimmt aber ich weiß nicht hoffentlich aus barborin das kann sein wir werden sehen die kommen dann irgendwann hier an ja genau wo ist eigentlich das schiff aber mir erst schrieb die hatte das schiff nun das liegt im hafen es muss etwas getan werden eine generalüberholung wäre nicht schlecht ich denke ich könnte auch die matrosen noch auftreiben die diese schiffe überführt haben die werden sie brauchen eine hervorragende mannschaft und vermutlich ich hab sie ja noch nicht gesehen aber ich weiß nicht wie viel es sich viele gase für sie leute die sind die besten und das möchte nicht in frage stellen ich wollte nur hinterfragen wie viele fähige seeläute sagen dann wirklich ergeben wird im fall des fels fall der fälle sie leute braucht man eigentlich sehen was hängt von dem motor ab normalerweise von dem schiff ab normalerweise rechnet man mit etwa zehn pro segel und dann noch dann noch einige naja wenn wir das größeren rumpf aus noch für einige und natürliche geschützt mannschaften nur nicht die glaubt die bestand hat besetzt für eine rase schrieb unter dieser größenordnung wäre 300 mann ja wie insgesamt also müssen wir viel anheuern heute das ist schwierig ich kenne nur eine person hier in den organen und versucht mal 300 mann anzuheuern die auch noch mehr als wert sind naja also ich habe einen brief nach hause geschrieben von zu hause kommen naja also ein sekriegs magier kommt irgendwann mal gucken wenn wir einen finden der chef ist da ein bisschen wählerisch und noch eine ganze menge alan vorne chor gläubige zum glück kennen wir bei seinen drucker in der stadt nicht mehr ja ich habe schon verteilen lassen ja allein du kannst ja nicht am gleichen tag verteilen und dann auch noch fragen also das wird auch nichts jedenfalls etwas was die mannschaft angeht wir haben kredit genähtiger weise das handelhaus zirkel ist stellt uns 10.000 karten zur verfügung erziehbar bei der nordland bank ebenso dass das ebenso kaiser selindian und ist das jetzt wieder so ein geheimnis von das nicht laut sagen sagen wir einfach die freude meiner späten tage und ich sind es etwas uneins was die was die erfolgen im reich angeht aber ist die indian ist doch ganz passabel er hat was gegen drachen und das ist etwas das einen guten herrscher ausmacht wirklich eine anständige geste von ihm immerhin habt ihr ihm das leben gerettet in der schlacht deswegen hat er auch prompt 10.000 dukaten locker gemacht ebenso und sie war gegen seinen namen bei der nordland bank ja und was hat die andere uns gegeben hier ja ich würde gerne sagen warme glückwünsche aber tatsächlich haben wir ihr einen ducat bezahlt ihr versteht glaube ich nicht wie das mit dem ich leim ihr geld funktioniert oder wir schuldeten nach abgaben aus helmen port und die letzte berechnung der kopfsteuer überlebt sich auf 14 ducaten und nach abschüge des schiffstransportes und der ballonke reiter blieb noch einer über habt ihr von diesem auch wie diese denn jetzt wieder dieser sex geweihte nichts gelernt hättet ihr euch da nicht irgendwie besser heraus verhandeln können und wir haben hier immerhin überlassen und er hat mir geholfen die abgaben berechnung aufzustellen so dass wir uns aus einigen festbeträgen hinauswinden konnten aber sehr gut aber wir haben wo er ja doch gerettet und ihren sohn und erreicht und jetzt hat sie dieser ruhe wieder voll tags das mit ihrem nachkommen wenn du dich vielleicht erinnerst ist auch ein geheimnis weil du wiederum brüllt dass die trollzucker dich hören können aber wir sind hier unter uns und so laut war ich eben gar nicht und ich wollte jedenfalls sehr peinlich zu vermeiden ihr zu suggerieren dass wir haben wir derlei kenntnisstände unsererseits als druckmittel benutzen wollten sonst könnten wir mit einem sehr zügigen besuch von palägansleuten rechnen ich meine nicht den den meer seferapaligam naja so ein kleines attentat das macht den sommer schon schöner ja aber sie sich zu erpressen mit kind das wäre wirklich nicht sehr sex gefällig gewesen aber sehr alan fahnisch das passiert öfter mal das meinte ich doch auch gar nicht ich finde es nur eine sehr schwache leistung von mir dass sie uns nicht unterstützt wenn wir mal hilfe brauchen ja das ist wahr ich bin mir sicher ich hab nichts sollte denn jetzt immer noch gesuchter in perikum oder hat sich darum wenigstens mal gekümmert auch dies stellt sich trotz des ablebens von rudern von männer offenbar als schwerer heraus als erwartet ja man sollte meinen so als kaiserin könnte man da was machen ja man sollte fast meinen die reichsadmoralität würde direkt der krone unterstehen ja seltsam nun ich konnte unseren guten freund störebrand überreden uns eine großzügige kreditlinie einzuräumen und dieses schiff natürlich und das obwohl ich seinem anverband in die nase gebrochen habe nun der leih beziemt sich natürlich nicht aber er sah darüber großzügig hinweg ja dann wenn uns hier alle leute kein geld leihen würden den du mal auf den schlips getreten bist dann würde uns niemand geld leihen und wir hätten immer noch nach mal ja da hört es auch auf mit dem hatte ich eine recht angenehme korrespondenz er schickt uns zehntausend du karten verbunden mit seinen besten wünschen alles was er im gegenzug möchte ist wir mögen ihm doch die geschichten erzählen die wir mit unserem neuen schiff erleben sollten wir einmal in kundschirm anlegen und er hat außerdem mich wissen lassen dass sein sohn interessiert wäre uns kennenzulernen und zumindest nehme ich an dass er von seinem sohn sprach das ist eben nach mani ist das nicht der kapitän der der sohnmann ganz recht das scheint mir eine glänzende gelegenheit zu sein wir wollten uns doch das schiff sowieso ansehen da ich erinnere mich das würde ich gerne einmal dieses schiff ist mir schon von der beschreibung her unheimlich aber den mann werde ich gerne mal treffen dann lass uns doch das schiff jetzt mal also unser schiff meine ich jetzt nicht dieses soll man aber mir hat es extra besorgt da können wir uns jetzt auch mal angucken und einen moment noch ansonsten noch jemand geldmittel auftreten können weitere 10.000 du karten der monsilber sultan hervorragend sehr hervorragend wir sind außerdem eingeladen aber ich nehme an für eher morgen wir sollten bescheid geben dass nun alle versammelt sind und wenn es der sultan angenehm ist wird sie uns sicherlich eine einladung zukommen lassen eine hervorragende idee wir kündigen uns einfach auf dem auf dem weg richtung hafen im palast an und dann wird sie schon nach uns zurückkommen nun gut dann haben wir also eine kreditrahmen von was 50.000 du karten das sollte reichen ja ich denke es wurden königreiche mit weniger gestürzt nun wir wollen kein königreich stürzen sondern hetarischen ist gestattet sich etwas schwieriger fürchte ich diesen zu beseitigen als eine königin und aber wir dann zeigt uns doch einmal den stolz arz arz reichs natürlich wenn ihr folgen würdet bei mir soll ich gleich noch fünf trollzocker mitnehmen die dann auf das schiff aufpassen weil wir keine mannschaft mehr haben nun ich denke zwei würden ausreichen geruch schreckt die meisten ab ja dann dreht sich noch mal umruft den ersten stock auch wir sind am hafen brauchst du irgendwas meine ruhe auf ihm geht ihm an die mauer und würde darüber wollen also ja dann wenn sie sich ihre ruhe wünscht ist das jetzt mein stichwort sie zu verzaubern ja ich würde die beiden trollzocker dann da wieder aus dem fluss fischen leonida steht jetzt am fenster mein jahr lang jetzt das nicht auf 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 ihm das warst du ja wir gehen ja schon ihr bestätigt gerade alle meine vorurteile gegenüber der ehe ihr wisst ihr gar nicht was euch fehlt richtig ich habe tatsächlich nicht das gefühl dass mir etwas fehlt solami sagt das jetzt noch nicht wartet mal bis hier heute technisch gesehen in unserem zimmer die kiste seht ihr ich aus der heimat bekommen habe das allerfeinste auch bin gespannt blut da bist du ja da wir gehen jetzt zum hafen müssen nicht kommen da kannst du dir unser schiff mal gucken ich habe es auch noch nicht gesehen das ist das wo wir rauben und morgen ja ja also weiß nicht ob wir piraten werden aber wirklich ist es auf ihm hat gesagt ich darf jemand im gedärmer ausreißen damit das im nächsten leben einfacher hat versteht sich er muss dabei leben und dann ja wirklich mit seinen eigenen gelern das müssen wir ja das macht ihm erklären dann ja dann machen wir doch so hier mehr sie in diesem seitigen leben gelitten haben das so einfacher haben sie im nächsten warum wir wohl sie da weiter leiden müssen und wenn du das gewöhnt bist dann bist du nicht so eine weinerliche sau so wie du zum beispiel so wie du ich habe nur noch ein arm mann wir haben bei uns der sich extra abgeschnitten du mann ich so richtig offensichtlich hatte auch noch ein messer das kann sogar sein nur das soll also ist schwierig nachzugucken blut und so geht gemeinsam mit euch in richtung des hafens dann liegt vor euch ein mächtiger vier master ein schiff der könig teringer klasse was selbst eine karacke neben sich klein erscheinen lässt mit den horras adlern über und über teilweise sogar auch auf den segeln die zwar nach oben gezogen sind aber man kann ihn trotzdem schon in gold auf weiß erkennen wie er dort seine flügel ausbreitet einige dann bannchen die dann noch im wind wehen auch bedragsegel ausgestattet ehemals wohl mit ballisten und rotzen hornissen gespickt es weist noch einige lücken auf an denen man wohl noch das ganze aufziehen kann aber zurzeit ist es entmilitarisiert und es gibt an einigen stellen eingeschlagen rotzen kugeln die das holz haben schon splittern lassen teile der reling sind wohl auch weggeborsten und auch der name des schiffes ist wohl zerstört ihr könnt wohl noch einige buchstaben erkennen aber einen richtigen hinweis darauf wie das schiff ehemals hieß lässt sich mittlerweile nicht mehr erkennen also abelmeer ich bin ja kein experte aber das sieht schon ein bisschen runtergekommen aus es ist ein prachtvolles stück rurrasischer schiffbaukunst ich bin überrascht dass es schwimmt es schwimmt und tut sogar mehr als das es wird uns durch die weiten des perlenmeers tragen wie nichts aber guck mal dafür doch ein stück schiff da auch und das ist unsere aufgabe dieses schiff wieder in einen fahrtüchtigen typ schon zu versetzen und die galionsfigur könnt ihr ignorieren ich habe bereits einen neuen auftrag gegeben er ist der beste und was bildet sie ab die heilige effadane im kampf mit einem dämon der nachtblauen tiefe woher hat salamin und ich haben ihn dafür modell gesessen ihr könnt man eine sinneschärfeprobe und zwar auf höhere und sicht ablegen wenn er irgendwelche eingeschränkten sinne habt oder immer herausragende würden die zählen der part gepasst ja doppelt 20 bei jahren ja dann du hast kurz das gefühl als würdest du einen geist an bord erkennen aber du musst dich täuschen haben geister gibt es nicht balltags der weile kann tatsächlich etwas erkennen und zwar können rafim ist jetzt auch sehen dort unten könnte die schritte von jemandem höheren der sich wohl im unterdeck gerade befindet und hat umher läuft auf dem schiff habt ihr das gesehen da oben hat der galage da lang das würde so ein auf dem schiff poltags habt ihr dort noch einen mann gehabt aber wir den hier gelassen haben sehr vernünftig nein dass wir die tollsäger mitgebracht haben von uns wir sollten ihn soll ich in der morgen wir sollten ihn fangen und er macht das aber welches verfluchte schiffe ganz angeschlafen angeschleppt nun es war in einem hervorragenden zustand bis es hier ankam aber mir da sind brandspuren am achterdeck nun ja es ist ein gebrauchtes was habt ihr erwartet na ja mehr aber mir ich finde es ist ein sehr schönes schiff und ihr seid alles und an barra schlöcher so und ich gehe jetzt da rein in der tat ich will euch folgen schon ich versuche mal diese schritte zu orten unter deck ja dorin die es sich ein bisschen das ist natürlich gehört genauso auch poltags ja dann guckte man nur in die sägel und dann könnt ihr euch über die planken erstmal zum hauptdeck durchschlagen und es gibt dort eine kleine tür die wohl ins innen in den innenraum führt irgendwo unter dem hütten deck muss es sich wohl muss sich wohl jemand aufhalten und wenn ihr dann den raum betretet diesen kleinen flur die türen die hier verschlossen sind nein eine tür ist angelehnt wird aufgerissen und an der kopf da reingesteckt du siehst wie eine person auf einer der kohlen sitzt und es handelt sich dabei wohl um ein uralten preis geweihten mit einem weißen rauschebart schaute ich an erschrickt sich habe ich mich erschrocken preis zum grüße habe ich den mann schon mal gesehen in kunschung ist es fürchte preis es ist fürchte preis hier ist dieser mann der du zum weinen gebracht hast also in kunschung der nicht der andere der in kunschung also der in dem preis zum gruß wann geht es denn los wie kommt ihr denn hierher ich habe euren ausschrieb gesehen und kunschung und ich dachte mir dann dann mache ich doch mal wieder mit aber aber fürchte preis wir haben ihn erstmal der hoffen dass er mich nicht also genau betrachtet bis dahin er umarmt dich hatte er hatte ich beachtet und er lächelt dich freudestrahlend an ich habe das nicht gewinn einfach du bist ein wächter der nacht geworden ihr habt mit ich freue mich ein paar hat ihm in unseren gemeinsamen freunden gesprochen was welche gemeinsam wir haben viele gemeinsame freunde nicht so wichtig es ist erst einmal schön euch wieder zu sehen wie alan das ist ein wächter der nacht nun seht ihr jeder war es doch dass das das was am himmel steht freie strafen auge ist er straft nicht er ist liebevoll sein allsehendes auge einigen ganz da wie er meinte angross ewige flammer nun jedenfalls und dann wisst ihr wohl auch aus eigener erfahrung dass es nur tagsüber über den himmel wandert und alles sieht und da wo es nicht hinscheint nämlich in der nacht da er muss in den schatten fecks einschreiten ich bin der wächter des tages und jalan ist mittlerweile ein wächter der nacht geworden und so sprach priester kaiser preyer fällt dass er wohl im lichte des tages wie auch im schatten der nacht zu aller zeit gerechtigkeit zu herrschen habe ich bin auch nachts immer sehr müde ich gehe früh ins bett zur achtzehnten stunde nach dem abendbrot nun euer gnaden was verschlägt euch wirklich hier ihr seid ihr nicht zu alt für solch eine unternehmung ich bin fast 80 lenzen da kann man noch aber durch luft und heilsam ein bisschen habe ich noch vor mir das stimmt also mit 80 fängt das leben ja erst an das weiß ich aus eigener erfahrung nun ihr seid ein zwerg erst ein mensch wann geht es denn nun los bald sollte mannschaft haben und das schiff ein wenig erfordern angebracht warum hier so wenig los ist es sind sicherlich ein zwei wochen hin willst doch sicherlich in der zeit lieber bei uns an land wohnen wir haben ein ganz ein ganz beschauliches kleines häuschen draußen an der mauer ja und wenn ich die da nicht gefällt kannst du auch vor dem mauer wohnen bei den troll zackern die könnten ein wenig preis gefälligkeit gut vertragen aber ich fürchte sie sind für dein gemüt etwas zu wählen wenn ihr eine ein ein richtiges bett sehe ich dann doch vor mit meinen knochen die sind etwas weich ihr könnt jahrlands kinder kennenlernen und seine frau ich habe ich habe ihnen allen viel von dir erzählt ja nun meine kinder sind längst erwachsen und haben kinder und kindeskinder ach ja sie sind auch alle prei ausgeweihter vielleicht kennt ihr sie die meisten von ihnen sind in der stadt des lichts verachtlich ich bin mir sicher ich habe ein oder zwei von ihnen getroffen hinterher gedanke ich bin mir sicher ein oder zwei von ihnen haben auch versucht mir aus mal zu hauen bestimmt ja fürchte preis selber hat ja selber lange zeit in helmen port auf maras kann gelebt und daher ist der gedanke dass er den dualismus kennengelernt hat gar nicht so weit hergeholt so aber dann sollten wir trotzdem lieber wieder von diesem port runter bevor er noch sinkt ein schiff es wird nicht sinken das war mir da hinten läuft wasser durch die planten ach das sind doch nur ein paar kratzer im lack das muss auf jeden fall geteert werden also also ich habe ich habe keinen anderen von euch ein schiff besorgen sehen könnte auch für so aber wir schönen schiff rum zu haken ja wir anderen haben geld besorgt und mit diesem geld werden wir dieses prächtige schiff wieder auf vordermann bringen holz brauchen und segel und tower und handwerker und oder sei leute dann stellt eine liste auf mit handwerkern und die arbeiten die sie verrichten sollen ich werde sie dann bezahlen wie immer das ist gut das auch für eine gute idee habe mir wenn du unsere wie nennt man das finanzen wenn du unsere bücher machst aber mir ja land hat ein unglückliches händchen bei der finanzierung ich habe sonst immer keras machen lassen ja und ich bin besser im ausgeben als daran den überblick zu behalten also wir müssen wir müssen mit dem er vertreten besprechen wir werden einen platz brauchen um die gesamte mannschaft zu verheiligen und vielleicht einen gewollten der die ganze sache bezeugt auf den fall der fälle unter wir werden wir werden nutzen brauchen und munition und ja und abröst und bögen und piken und liefen aber auch organisiert dann sind wir schon ein gutes stück weiter das haben wir uns wie bitte zu lamin das sollten wir auch einen erfahrt geweihten fragen wenn wir einen kriegen bestimmt aber ich denke wir sollten auf unsere ausschreibung warten und gucken wer sich meldet weil ich denke bei so einer mission da konnte sich auch mal ein erfahrt geweiht vermelden ich meine es geht ja und karten in ihren umgebungen aber aber mir jetzt spricht doch mal ein machtwort hier mit die alan das ist ja fürchterlich dort ja gar nicht auf zu reden und wir müssen das glas in der kajüte hinten austauschen und dem steuerrat sind auch zwei städte auf guckt euch das schiff ganz in ruhe an und nun schreibt auf was sie benötigt und ja wie ihr dafür benötigt und ich kann es euch diktieren ihr könnt das mir diktieren natürlich auch etwas sinnvolles auch handschrift ist nicht so schön wie seine in der tat ist sicher ja so aber mir ist schriftlich schon sehr schön aber sie mal richtig gesehen ja und wenn ihr sie als in kurs lecker zeichen haben wollt dann ist es sicher besser wenn ihr es abel mir diktiert erinnerst ihr euch noch an den brief den wir xeran schreiben wollten das war dann einen brief geschrieben ja aber mir hat das sehr schön hinbekommen und eine zeichnung wurde hinzugefügt wie aus der druckerpresse sie meine künste sind gefragt während du und aber mäßig um den langweiligen scheiß kümmern solamin boldtags wollen wir uns schon mal so kajüten aussuchen ja 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 ist das der moment wo wir johlen losrennen und erster schreien nachdem wir das bei der beise so das kommt darauf an ob ihr glaubt dass ihr danach in meiner kajüte da schlafen könnt wenn ich die gesehen habe denkt dran die kapitänkajüte also meine kritis dort hinten bitte herr du kapitänskajüte ihr seid kapitän natürlich dass seine horatische schiff aber mit was weißt du denn von schiffen das spielt keine rolle ich war auch zwei jahre oder anderthalb jahre im rohers reich ich könnte auch kapitän sein ihr seid keine horatia nicht wahr ja beutags das ist so wie menschen nicht nach zola stürfen also außer wir also das kommt ja wohl auf keinen fall in die tüte in dem fall ist aber mir der kapitän video dann sind wir ort gewaltte offiziere ist doch gar nicht ihr wisst doch gar nicht wie man ein chef bedient das will die natürlich übernehmen ich führe diesen titel nur pro forma ja also aber mir sagt ihr was du tun sollst du hast doch schon mein militär gedient weißt du wie das funktioniert dann war nie beim militär ja mal ein komischer orden da das war doch auch so eine art militär das ganz andere ist also ich glaube aber mir weil nur das große bett haben ich glaube auch aber wenn aber mir der kapitän ist auf dem rohersatz im schiff dann man sagt doch immer ein guter anführer muss nicht selber der beste sein er muss die besten leute suchen so du bist der beste kapitän und deswegen hat er dich gesucht also also hat der kapitän an kapitän gesucht also würde ich sagen also bist du der hilfskapitän und da haben wir es unser kapitän annehmen wie nennen wir ihn erster offiziers klingt besser okay das ist in ordnung wir legen uns einen schönen stein in den raum dann schlafen wir auch wirklich bequem das ist eine gute idee da finde ich auch wenn wir sollten ein schiff aus stein bauen ich finde das ist keine kluge ist eine krediante idee dieses schiff würde nicht zerstört werden es würde sinken nicht das herrte als stein ja ja alles mit stahl oder endurium ja ja wenn du genug gedurium für ein schiff anschaffen kannst können wir dann darüber reden hast du dann jetzt auch schon eine kajüte zugewiesen gekriegt voller der erste offizier ist aber mir wie geht das nun ja ich denke ihr sollt euch zu selber kaminen suchen der offizier schläft natürlich in der kapität neben der kapitänskanüte gut dann schlafen wir auf der anderen seite daneben denn ich bin ja gewissermaßen dann der erste port magia das ist auch nicht